hallo und herzlich willkommen zu etwas total ungewöhnlichen wir sind wieder bei king's quest und wieder auf einer konsole an meiner seite der großartige starke ich bin euer mr wieder und das ist tatsächlich king's quest 1 auf dem sega mastersystem no kidding auch das geilste ist die sega version ist von microsoft steht sogar noch was von parker bros ist mir aufgefallen es ist genial das ist jetzt die 89 noch gab ja das muss man sich vorstellen so das ist krist 1 ich lasse dich mal die grafik bewerten wo der graham sieht er aus wie so ein schwuler tourist aber egal ja und dafür lassen uns schon bist du tot dafür lassen wir jetzt erst mal sterben das war king's quest 1 auf dem sega maß ist er nur eine viertelstunde aufnehmen wir können aber jetzt auch mal ihn vom krokodil verspeisen lassen die steuerung ist grenzwertig weil im gegensatz zur nes steuerung die richtig gut war du siehst das hier zum beispiel ja das ist nicht so unbedingt die die super brücken animation also king's quest 1 in der original version ist auch eigenwillig bei der steuerbar aber das ist ja auch uralt das ding richtig kommt kommt verspeist mich mampf mampf mach mal neue katzin ach da tut sie gar nichts haben sollen weil ich habe noch nicht mal die cutscene hier gemacht das ist ja fast hier nes zensur so sieht der wald aus der sieht ein bisschen tot aus also ich möchte es kurz sagen ich finde das grafisch nicht so gut und bevor du wissen willst wie ist der sound ist halt denke ich so viel übrigens jetzt auch die frage wie das mit den befehlen funktioniert und das wird wahrscheinlich typisch sega sein ja leider naja also das haupte selbst aus den alten apple 2 im besseren sound raus ja definitiv also das ist sicherlich sound technisch die wir haben so die bau zu bekingen noch mal zu bekingen baby für sie wahrscheinlich beim dritten mal verarscht aber vielleicht solltest du nicht so nah machen sondern auch im teppich aber jedoch jetzt klappt das könig edward hat das sexy ach so daher kommen dann verloren muss noch mal kommen sind ja vollkommen höflich wir übertreiben es ja nicht ich überlege gerade mal ja ok stimmt stimmt ihr kriegt erst eine mission die vorgeschichte dieses kingsquist 1 spiels ist auch relativ einfach das land davontree ist am aller wertesten weil irgendeiner hat hier die ganzen magischen gegenstände geklaut das liegt daran dass der könig edward eine pfeife war also eine richtige flitzpiepe und deswegen hat er sich sozusagen von allen leuten verarschen lassen und dann haben die ihn natürlich irgendwann mal wie man das halt so kennt mal richtig vorgenommen und die magischen gegenstände um das land zu retten muss jetzt wie schon nach graham finden der hier überraschender weise noch nicht könig ist aber hier glaube ich einer seiner tollsten was allen oder und das machen wir jetzt da gibt es glaube ich drei sachen die man finden muss und dann ist man sozusagen könig weil wenn man dann zurückkehrt ich nehme ich spoilt jetzt mal ist der alte könig tot und dann ist heute neue ich eine traurige wände so dass der woodcutter die 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 holzfeller nummer ist übrigens richtig nice im remake also es gibt ein sci remake davon und genau die können glaube ich auch nee aber man kann die dazu kriegen dass sie das machen wieso kann ich mit dem mädel nicht sprechen das sieht alles zwar ohne witz da zieht alles so aus als hätten das irgendwelche fans gebaut ne ja also es sieht ja so eine gesieße nach game maker aus ungefähr ja der seugt es hier hier wärst du es gibt doch unseren adventure maker oder das den gibt es ja genau genau game maker gab es auch im 64er von activision übrigens was ist aus dem los noch geworden keine ahnung schon lange nichts mehr von denen gehört ja wie von donkey kong ja oder seinem feind ja gut den dass das kannte dieser dieser mein doof ja du wirst die ganze zeit schwimmen du doof weil ich möchte nicht dass ja das jetzt gar nichts oder da könnte man das wasser sehen können kannst du nicht warum auch das super ich glaube wir haben wir das offizielle super dead end das heißt wir müssen sogar mal resetten ist das gut jetzt ist er jetzt dann kann jetzt steht da doch da wollte schon sagen ja also er wollte so ein bisschen eine aufgabe spielfurt machen aber zehn minuten aber zehn minuten wandert nicht nie nicht ganz so jetzt noch mal zum könig wenn ich komme mal wieder aber auch für lange nicht mehr gewillt sind auch geil wie die mütze von ihm aussieht als ist ja schon fast das wäre schon fast wie asterix also 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 grafisch ist das sieht ein bisschen aus wie die mütze vom ben wettervogel den es ja leider nicht mehr gibt glaube ich ja der leider viel zu früh verstorben ist wobei da hat er glaube ich das rituelle gemacht und noch mal baute king und auch mal look to the king talk to the king und gewick und jetzt gehen wir mal nicht durch den see sagen ja woanders lang also ich bin ganz ehrlich wenn ich irgendwo mal finden würde ich würde es wahrscheinlich mitnehmen weil ich aber auch so ein trottel bin zusammen ist ja alles was nicht bei drei auf den bäumen ist aber ja gut das bin ich ja ein adventure fanatiker aber ja der haut der oder beziehungsweise der haut uns gerne mal einen vor die fresse das schnell hier drum herum so jetzt sieht es besser aus was wir noch so haben es gibt ja auch noch irgendwie eine hexe die uns scheiße findet es gibt glaube ich auch irgend so ein jäger oder soll ich meine bei kings 1 finden uns ja der hexer ist auch geil der finden so muss auch scheiße ich finde uns eigentlich als ziemlich alle scheiße in dem ganzen wald ja gut das ist so wie manche youtuber gut aber die finste selten im wald also die würde es am liebsten bald finden so mal ich kennen die machen das bestimmt total gut da kommt aber weiter aber nicht open candy sondern open door das übrigens falls es irgendjemand kennt wohl in so ein gefängnis so open ich möchte nicht den käse öffnen ich möchte das öffnen ist auch schön dass dieses game sich selber spoilt dass man schon weiß was da drin ist genau das ist natürlich wieder sehr praktisch so ich glaube kann ich dir auch schon essen ich glaube das ist nämlich keine gute idee übrigens ich weiß gar nicht vorher ich das weiß aber look at schießen ein look at note dann get note manchmal ist es sinnvoll rückwärts denken wir haben deshalb legen wir uns hin können wir machen mit sleep irgendwo kommt da durch die hexe an look note ja muss ja auch nicht glaube ich irgendwann sollte die kommen also mein prinzip sollte man dem ist vorweg nicht da sein wenn sie kommt weil das grundsätzlich eine doofe idee ist aber wir wollen das einfach denke ich jetzt mal kommen wir noch aus dann wiedersehen prinzip ist es natürlich klar oder ist eine höhle da kann man auch rein mit dem rückwärts denken muss ich dazu sagen werden kindlich konto sonst leben den käse geben ja noch wahrscheinlich kann ich ja noch gar nicht hin den condor braucht man um ich glaube zu irgendeinem nest zu kommen oder so weil da ist glaube ich ich glaube das ist ist im nest das goldene ei oder sowas egal du hast natürlich auch welche übliche tauschhandel abteilung in den brunnen muss man auch rein lower bucket you cannot do it warum nicht wahrscheinlich wahrscheinlich weil du hier wieder muss ja du hast gerade schon die option gesehen cut rope also brauchen wahrscheinlich ein messer um das zu machen ja richtig das kann ich noch nicht es ist schön dass das game sich die ganze zeit selber spoilt was ich aber erzählen wurde zu diesem backward thinking wer kingskuss 1 kennt da gibt es diese schöne rumpelstilzchen rätsel und das versteht in der pc das war ja das war ja ganz unfair egal wie jetzt versterben wir noch mal in der pc fassung war das total unfair weil prinzip ging es darum rückwärts zu denken da denkt man okay vielleicht ist dann rumpelstilzchen rumpelstilz gehen dann andersrum ist es aber nicht es war glaube ich irgendwie du musst es die buchstaben zählen und dann das alphabet genau umdrehen damit du auf ein lösungswort kommst und dann glaube ich irgendwie noch die vokale rausschreiben also total total logisch ja pass auf wir gehen jetzt mal in der richtung jetzt laufen einfach ein bisschen durch die botanik geben ja hier nicht ins wasser ja nicht vor das hat es vorhin auch nicht von das trotzdem gemacht hallo jetzt habe ich ein spell schön hallo wollen sie mich heute nachher weil sie mich kennenlernen hallo hallo so bestimmt die barbie in dem spiel ja hallo hallo was machen sie denn heute abend hallo ich werde bald könig habe ich das gefühl und ich soll die redel freuen sich auch schon ich kriege so eine blöde alte ach so genau die kann man acht jahre ziege kann man befreien ich glaube das sollte man auch jetzt noch nicht aber wir tun es trotzdem ja und da kommt das die ziege auch umbringen ich glaube die ziege kann nicht umbringen ob das war so können wir machen du kannst du nicht umbringen ich nehm es vorweg das ist bestimmt nicht gut hast schon dead end produziert das ging schnell ne du brauchst die ziege du musst mit der ziege irgendjemand ablenken du hast schon dead end produziert ich glaube das ging nicht bei der pc fassung ich glaube nicht dass man die ziege töten konnte ja herzlich willkommen das war das ende des simulators das war speedrun davon ist das geil und da siehst du auch wie klein die welt ist ja genau der wiederholt sich schon wieder alles und so hier waren wir auf der anderen seite kommen wir gleich zum schloss dann ist die holz wieder gesehen haben da ist der lumberjack enthieß okay da ist noch mal sehen das kennen wir auch noch langsam gewöhne ich mich an die steuerung aber das ist der brückentroll ihr wisst ja ich bin ja ein fanatiker des brückentrolls eine einer berufskraftung die mittlerweile aus stirbt da gibt ihm den roten herring ich will mit dem quatschen wieso kann ich das nicht du kannst du nur angucken daher gehen da geht das ja nicht in der pc fassung konnte man richtigen unsinn machen man konnte mit ihm dann stundenlang diskutieren ob er nicht irgendwie ein herz hat und diese wichtige mission in dem das land gefährlich ist sie kann man anscheinend nicht mit ihnen quatschen aber dafür kann man die ziege töten das ist das ist natürlich genial beziehungsweise parker ja also interessant aber ja dann kann man den brückentrollen ist klar er müsste was geben und dann kann man da weiter und wochen brückentrollen da toll warte mal oder kann man mit dem quatschen das war der nicht der andere hey dein kollege ist auch doof ja das ist hier devontree für die leute die die anderen spiele gespielt haben ja das ist ein bisschen größer geworden ich glaube hier können wir die karotten klauen sollten wir glaube ich auch nicht übrigens ja tu mir lieber die bürchen mama das machen wir jetzt auch klauen erstmal natürlich ja ich noch eine das reicht doch auch aus hier alle rausreißen ach da gab es nix gab es nicht noch irgendwas anders hier habe ich schon auf der seite da bist du wieder beschloss genau denn war ich noch nicht bei einem baum also groß ist das ding wirklich nicht hier war ich noch nicht da war es genau das ist wieder für eine hütte ja open carrot brauchst du klar können wir noch die store natürlich greift zu natürlich zum treffen gerne die kennen die tür haben wir ja drei straßen weiter wobei dann eine hexe war die weiß ich nicht wahrscheinlich gerade im urlaub war wahrscheinlich im beauty salon natürlich natürlich so dass ein gefährlicher wolf da aber ein magischer zauber schützt mich na ja ich bin mutig so kommt jetzt sagte die karotte kann der wolf mitnehmen nein kann ich den essen umbringen kannst du nicht okay ich kann ja auch dem wolf nicht den wolf zeigen dann bin ich schon wieder hier dann bin ich schon wieder beim brunnen ich habe so das gefühl wir kommen nicht ganz weiter drehst dich irgendwie im kreis hier war auch nichts mehr oder kann ich da immer noch was machen push rock geht das wahrscheinlich irgendwie wieder was haben tja was soll ich dazu sagen ja man kann ich den warte mal komm mal komm mal ja vielleicht musikon nur irgendwas machen ich zeigte mal die karotte die bin sie einfach mal auch nicht na komm mal bis sie die karotte gegessen wird sie haben können blöde kuh naja aber irgendwas war also das hätte man dem auch die ziege geben müssen naja ziege broste um irgendjemand abzulenken aber dass ich jetzt mit der ziege nichts mehr machen kann das verstehe ich nicht dann gibt es die ziege die karotte kann ich noch mal tönen immerhin so kannst du auch durch die gegend schleppen tritt einfach mal die ziege ja so kriegt man sie auch aus dem gatter raus warum nicht vor allem ich habe das gefühl der kopf ist dann an der rechten seite noch mal zu sehen ja ein glitsch ein glitsch und das seht ihr nur hier hat ein quatsch ein blödsinn weil ich glaube also ich bin mir ziemlich sicher dass man die nicht in der pc fassung töten konnte jetzt eigentlich da hinten oder was dann bin ich wieder da auch interessant du gehst da hinten ins wasser rein und naja gut und stirbst vorne damit es besser sieht bei nintendo werde natürlich schwarzer balken drüber ja das können wir auch bewenden ihr habt jetzt glaube schon die halbe welt gesehen und wenn ich mal irgendwann total irre bin vielleicht gucke ich mir das mal an ob man da nicht vielleicht doch irgendwie mal was sinnvolles erreichen kann weil man kommt mit der steuerung doch irgendwann mal klar aber es sind so ein paar sachen die hier ein bisschen merkwürdig sind ich weiß nicht warum man die ziege töten soll warum man das auch macht vorne ohne waffe ohne alles hat er jetzt einfach so in die hand genommen und den hals umgedreht oder scheinbar wenn du dachtest der graham tut das nicht doch der tut das das tut alles für geld graham ist der böse jetzt kommt raus apropos rauskommen abonniert den starkeler macht ihn reich und berühmt bitte dann kann er dieses ding mit mir zusammen durchspielen und hat auch einen guten grund dafür aber der seite wie schon eine großartige starkeler ich bin euren mr wendern 1974 und wenn ihr spaß hat dann tut was ihr tun müsst tut was ihr nicht lassen könnt ganz wichtig darauf hoffen dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dann tschüss bis dann tschüss bis dann